krank Okay Soll ich euch gleich Code sagen oder soll ich in die Gruppe einfach schicken? Warte komm ich hab schon euer Rammes nicht Schick in die Gruppe, hä oder nicht? Okay Ich mach einfach kurzen Raum und Ich schreibe aber auch den Code rein Okay 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 Zwei, drei, sechs Sieben, sechs, sechs Ey, Leven, damit du's jetzt mitbekommen hast, ne? Ich bin jetzt so sorry, man Find ich schön, Nikolaus Das ist ne richtige Wahl Check Code in Gruppe Ähm, zwei, drei, sechs, sieben, sechs, sechs Okay Okay Ich nehm' das zu Rater Ich nehm' das zu Rater Hey Caleb, falls du nicht weißt, wir machen nur 1-1-1-Battle Spring nicht rum, spring nicht rum, spring nicht rum, spring nicht rum Ich, ich greif nicht her Ich weiß nicht mal wer Leven ist, welcher Story ist Leven? Der mit dem krassen Schwert Der mit dem krassen Schwert Oh, da bist du Oh, wie ist sie? Okay 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 Nein Nein Digga Nein Und dadurch bin ich erst in die Bombe gekommen Ey, nein, ey Ey Ey, das bekommst du jetzt so zurück, ne? Nicolaus, das bekommst du jetzt so zurück Fick dich Nein Nein, ey Nein Wuuuuh Aaaah Hahaha Hahaha Nein Hahaha Hallo Hahaha Hahaha Das war meine Eltern Ich weiß nicht wer ich bin Ich weiß nicht wer ich bin, Bro Joume Hahaha Bro Wo bin ich? Ach so ich bin hier ok ich hab noch ein leben ich hab ich hab ja ein leben genommen und einmal ganz viel schaden gemacht okay ich geh erstmal auf levin weil der hat nur neiiiin okay ja hey leute könnt ihr bitte auf nikolaus gehen ich hab für heute noch ein lieben und zwei davon sind von nikolaus weg komm ey levin levin wir machen 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 2 wir machen 1v1 bro komm auf dieser map da oben auf der hier auf der hier komm her okay warte verpiss euch geht weg geht bitte weg oh nein bro ich will i'm just i just want a weapon bro ja ich hasse wie diese metz du wick digger auf der riebe so gleich gesagt bro levin come here come here big boy not you you're 111 bro im trying it bro fuck das war knapp nah bro nah bro komm hier big boy komm hier hehehe hehehe habt ihr obg obg mit und ja was und ich h ja du So illegal, ne? So illegal. So illegal, ne? Fucking Caleb, Digga, geh mal weg. Nein, komm her, Lego. Boah, was ist das für ein Freefall, wenn drei Leute auf mich gehen, ja? Ja, dann sind wir... Hey, ähm, Tahir und Till, ihr müsst noch anmachen, dass man, ähm, euch im Video hört. Weil das wär voll lustig. Ja, 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 gleich. Ich weiß nicht, wie das auf PS5 geht, ähm, Nicolas hat das mal gemacht. Hä? Äh... Ja, frag Tahir! Äh, frag Tahir! Man geht in Party-Einstellung, man geht in Party-Einstellung, oder entweder... Nein, aber Caleb, das ist nur bei PS4 so, bei PS5 ist das nicht so. Ah, okay, dann weiß ich das jetzt auch mehr. Äh... Vielleicht so oft automatisch so an. Nicolas, das war doch irgendwie zulassend, dass deine Stimme geteilt wird. Ach so, ja, ja, ja. Okay, komm, komm, bitch. Komm, komm, komm. Komm, Tahir, komm doch, komm doch. Ja? Okay, cool. Ey, Till, bitte, bitte macht das an, dass man dich hört. Das wär zu lustig, wenn man, wenn man so welche Sachen einfach im Video hört. Das bist du ab 18 gestellt, aber das juckt mich nicht. Nein, 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 sag das, sag das, aber wär lustig. Guck mal, ich hab mehrere Videos auf meinem Kanal, die ab 18 gestellt sind, weil ich da so welche Schimpfwetter Sache sage. Bro, wer ist das jetzt noch Tahir und Caleb, ne? Hey, Italien, worauf spielst du? Oh, 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 bruh. Ja, wahrscheinlich auf Playstation, wenn du hier bist, ne? Ja, ich hab ihn angerufen, er ist nicht rangegangen. Und Mick hat gesagt, er hat keinen Bock. Hä, wie jetzt? Ich hab mir versprochen, dass wir 1v1... Ja. Okay, äh, stellt jetzt mal einen, bitte. Ey, man hört mich, ne, man hört mich. Okay. Ja, ja, Nikolas, dich hört man und Caleb hat man auch und... Okay, geil, 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 geil. Ey, ich muss, ich muss heute noch mal meine Catchphrase sagen, ne? Irgendwann, wenn es die Gelegenheit bietet. Ja, was für Catchphrase, ne? Ähm, ich hab ne Catchphrase, Caleb. Mhm. Und, äh, die, die kennt nur Levin. Und, äh, dieses Catchphrase ist gut, hat er lachen. Ey, Leute, eigentlich würde ich die ganze Zeit lachen und so, ne? Aber ich muss halt mega leise sein, weil mein Vater ein wichtiges Interview hat. Digger. Nikolas, weißt du noch, ist das noch, wo das war? Weil du hast ja auch PS5. Ich guck, ich guck grad selber ehrlich gesagt, aber... Ah. Ich guck, ich guck grad selber ehrlich gesagt, aber... Ich guck dir. Okay, nice. Ähm, 2, 3, 6, 7, 6, 6. Ich nehm random. Nein, Tahir! Nein, Tahir, bitte nicht! Sollen wir? Ja, okay. Und dann sollen wir nochmal ein Stück vor machen. Was, wer als erstes? Also... Nein, ich bin von mir rausgegangen. Scheiße. Sollen wir machen... Keine Ahnung. Ey, kann man so ein Wheel machen? Also so ein Wheel... Warte, ich mach so ein Wheel of Fortune auch. Ja, ja. Und dann mach unsere Name rein. Und dann train und sieben wer... ...Wir will das. Neil. Ich werd gucken, ob ich noch mit Modex spielen kann. Aber wahrscheinlich nicht. 5... ...4... ...5... ...5... ...5... ...5... ...5... ...5... ...5... ...5... Äh, da und jetzt... Ich stell... Ey, wir nehmen einfach alle Modex. Okay, erstmal mach ich meine Name... ...und dann... ...und... 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 warte ich muss es okay danach noch ein paar hier sein wie quiet ich habe das auf zwei spieler beschränkt ja vor ihr ja ja wer ist ja ich lebe nikolaus hat hier til das alles nicht Ja. Hä, ist niemand anders? Fünf. Wir sind zu fünft. Ja, okay, dann hab ich alles. Okay, rein da. Ja, I spin the wheel. Ey, ey, wie können wir nicht machen? Till, du gehst zuerst gegen... Warte, oder? Till, ja, okay. Till, Till geht zuerst gegen... Nikolaus. Ey, ey, jetzt no joke. Okay, Tani, du musst auch raus. It's no joke. Ist so drauf gelandet. Bro. Erstmal Till gegen Nikolaus. Ey, Till, ich werd hart reinscheißen, ne? Weil ich weiß, du bist besser als ich in solchen Games, aber juck mich nicht. Nein. Welche Waffen meinst du? Welche Waffen meinst du? Ui. Okay, aber die Map, weil... Beste Map. Na, na, na. In solchen Games bist du immer besser als ich. Komm, ob du modesten sein und schlagst, Alter. Bro. Haha. Bro, nein Fuck I face my axe I face my axe be like brrrr Ey, bei der down special kannst du umher gliden Du kannst entscheiden, wo du hingehst Du kommst so edge garden mit der down special Till, mach mal down special, aber beweg dich Also Also während der down special kannst du euch so bewegen Ey, lass mich mal versuchen zu halfpipen Liga, das ist toll mir Till, mach mal down special, aber beweg dich Till Till Mach mal down special, aber beweg dich Aber was gibt dir ihm eigentlich trips und mir nicht, Digga Nein, 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 ich wollte ihm das nur zeigen, dass er das Dass er sich da bewegen kann Aber er macht das einfach nicht Ja, okay, okay Ja, okay Warte, mach du erst da, okay Ja, so, so Ja, du hast das gerade gemacht Du hast das gerade gemacht Ja Aber beim edge-guarding, wenn er, wenn er versucht auf die Stage zu kommen, dann ist es ziemlich gut Nein Das ist so übertrieben, Digga Ja Bro, ich will doch nur einmal halfpipen, Bro Warum nicht Warum nicht Junge Leben würde auch, wenn, wenn er spielt Ja, aber Ja, aber Ja, aber Die andere wird mich nicht lassen Die andere wird mich nicht lassen, du kannst versuchen Bro, ich bin so scheiße Ich treffe mich in meiner eigenen Bombe, Bro Juhu Nein Du hast das gemacht Ja, ich werde mich mal verliert, wegen, er hat selbst aus ihm getotet Ich schwöre, ne, ich werde jetzt so, äh Mein letztes Leben verlieren, ne Ich schwöre, mein, ich sag, mein letztes Leben wird äh Suizid Suicide einfach Suicide Suicide Einfach Suicide Oh 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 Ja, wie gesagt, in diesen Games bist du ja noch besser als ich Junge, welches nicht Ja, cool, siehst du hier grad, wie das für mich läuft Hi, Bro Bro Ey, Junge, mein Controller macht nicht das, was ich will, also for real Ich benutze das nicht als Ausrede wie, äh, Micky Ich, äh, das ist halt for real bei mir so For real, so macht Micky die ganze Zeit, ne Nein, ich kann kein Halfpipe, scheiße Bro Das war, das war Bullshit Wie jetzt? Ja, aber gut, game, gg, gg, gg Okay, dann, äh, spinn the wheel, Caleb Okay, dann, äh, spinn the wheel, Caleb Okay, äh, spinn the wheel Okay, spinn the wheel Okay, tahir Versus Nikolaus Was? Scheiße Äh, äh, äh Ey, ey, tahir, ey, ähm Ey, tahir Du weißt, wir kennen uns ja schon so lange, ne Also, du musst mich nicht komplett zerstören Bro, hohohoho Bro, das gibt's doch nicht Bro, das Glück ist nicht auf meiner Seite Bro, 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 ey Das gibt's doch nicht Junge, gleich, ich muss, wenn ich jetzt gewinne Was nicht passieren wird, aber Wenn ich jetzt gewinnen würde, ich würde gegen Levin kämpfen Es ist Facts Okay, Digger, okay Okay, 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 ich hab's verstanden Ich hab's verstanden, okay, Bro Ich hab's verstanden Ich hab's verstanden, Bro Ich hab's verstanden, Bro Ach, Digger Er hat die... Er hat die... Er hat die Facts zero to death combo gemacht, Digger Bro Bro, ich treff einfach nicht Egal Aja, da ist ja Aja, da ist ja Aja, da ist ja Aja, da ist ja Bro, wohin Buh, wohin, wohin mit dein Leben ich kann halt so nix also ihr seid beide auf rot er werft schuhe du werfst bombe das war so damn close oh shit das war auch knapp das ist mein ende du darfst nicht aufgehen danke bro du darfst nicht aufgehen mit dem aus benutzt one for all no not one for all du nutzt Ritz for all one million percent wow ey yo no jejeje jejeje das war das erste mal dass ich ne bombe gefangen hab ich fühl mich jetzt ultra krass come on thai schaffst du was für das was für das was für das ist nicht schwer digger ich schwöre ne das hab ich das ist das erste mal dass das passiert ist beweise was für das was für das merke was für das ich habe noch kein einziges mal gespielt genauso wie ich Ungewollt, was? Bro, ich schwöre, ich verkacke gerade so... Ah ne, was? Ich gewinne? Wie? Aber ich spare noch, oder? By the power of one for all, man! Bro, nein! Ich bin kacke! Bro, hört mal auf, die ganze Zeit Nikolaus anzuspollen! Tahi ist gerade am verkacken! Tahi, Tahi, aber es ist der Kuch von one for all, die ganze Zeit! One for all! We are on! We are on! All the world! Let them cook! Let them both cook! Wait... Who is the cook? Let them cook! oh rothinke heisenberg berg hallo leite im tuch leite habe ich darf sein ziel benutzen oh mein Gott wie warte wer hat das hier noch mal kaputt gemacht das ist dieser erstens erstens niemand spielt den zweitens mit ihren Metern zu dürfen die auch benutzen überwunden nein nein das Ding ist für random nehmen wenn ihr erst den Sentinel aussehen nehmt das war zu knapp ja Schalinen und Leute, was richtig ist. Nein! Oh! Da! Da! Ey! Good game, bro! Good game! Bro! 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 Egal Leute, egal, egal, egal. Ich spinne jetzt nochmal... Ah, hier ist nicht gelacht, ist egal. Okay! Und das einzige was passiert ist, dass uns die Ohren wegfliegen! Okay, wer ist als nächstes? Okay, aber Taya ist... Taya ist disconnected. Okay, Neven, du bist jetzt dran gegen... Oder? Warte, jetzt... Neven, du bist jetzt gegen... Nein! Ist das jetzt dein Herz? Er war für mich! Ja, Nicolaus, du bist doch mal dran! Hehehehe! 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 For real! Na ja! Dabei hast du die letzten zwei Matches gewonnen! Hehehehe! Hehehehe! Bro! Ich hab keine Chance gegen dich, falls dir das aufgefallen ist! Ich werd das nicht erlauben, Nicolaus! Hehehehe! Hehehehe! Du bist ja laut! Digger, Wahle! Sentinel, ist jetzt einfach dein Neue Main Davis? 3... 2... 1... Brawl! Oh, bruhh! Ja, guck dir was an! Ja! Hast du jetzt gewusst, wie Overpowered Sentinel ist? Oh, have pipe! Oh, have pipe! Oh, oh! um das ist ein paar jahre 3 ich habe ich wollte ein ich wollte ein deutsch schicken dort steht an sich ältiger teile wir er war kann einfach nicht vor allem würde war da jemand ältel überteilung sagt er so rein ich sage nicht bereit okay jetzt so ungefähr ja 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 warte nein jetzt sieben auf würde ich nahm dir mein alter instinct nach dem ein alter ist überrascht ein nikolaus schade funktioniert hat nicht hat leider nicht funktioniert Bro, muss das sein? Ah, der kann nicht springen runter. Hey, aber jetzt für reale, no joke. Ich denke, es wird nochmal so ich gegen Nippel aufs Ding jetzt. Okay, Digga. Oh, Nikolaus, Nikolaus. Nikolaus, live im Code, live im Code, live im Code. Na, na, na. Nevermind. Ey, yo, Digga. Okay, ey, das war schnell, das war das Schnellste. Ja, ich dachte so, ich dachte so. Schnellste, ich dachte so. Like, no chance, no chance. Ey, sag Tayo, er soll wieder rein kommen. Also in diese Chat, also Login. Er hat mich eingeladet für ein anderes. Nein, Party Chat. Okay. 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 Spin the wheel. Okay, spin the wheel. Yes. Levin. Okay, das kann nicht nochmal ich sein, das geht nicht. Levin. Levin gegen. Huh? Levin gegen Levin? Huh? Da da da. Okay, spin again. Okay. Levin gegen. Till. Da da da. Wow, ist so nice. Ey, ey, nein, Levin, ich muss noch was zu dir sagen, okay? Mhm. Worte können nicht beschreiben wie sehr ich verabscheue. Gerne doch. Geile Kette. Geile Kette. Okay. Ich werde ein bisschen. Ah. Hm. Diana. Digga, sei mal leise. Boomy spielt Diana und das ist jetzt der beste Spieler nach Sandstorm, weil Sandstorm hat aufgehört zu spielen. Ja, okay, okay, ja, okay, eh, ich nehm auch Rando. Nur, dass es fair ist. Äh. Ah. Bro. Ah. Fuck. Oh, ja, du. Nein. 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 Fuck. Ah, warte, warte, ich muss kurz was ausdenken. Bro, du hast den Roast. Ey, okay, können wir spielen, können wir spielen. Okay. Also, jedes Ulti, das er hat, geht zweimal. Also, wenn du jetzt so nach oben machst. Es kann ganz ganz umgehen gehen. Ja. Also, jede Ulti in jede Richtung würde so zweimal gehen. Okay, ja, ziemlich cool. Und als Hammer-Grab ist jetzt übelst triebens gut, Digga. Ich mag so viel Damage. Als Hammer-Grab. Also, wenn du nach oben. So, deine Ulti nach oben. Schade. Digga. Digga. Was haben wir mal für Timing benutzt, Digga? Digga. Die ist einfach in als Trap rein, Digga. Er hat sich getrappt. Was? Er hat sich ein Blau gegeben. Was? Ja. Was? 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 Ja. Oh, Deutschland. Okay. Also ziemlich gut. Oh, ja. Nice, nice. Gute Play, Gute Play. Gute Play, Gute Play. Gute Play. Oh, juhu. Bro, how is he better against Levin than me, bro? Hey, I swear, ne, ich, ich verstehe nicht, ey, ist das auch bei euch so, dass ihr gegen Freunde besser seid, als gegen, äh, Leute online? Ja, no. Ich bin genauso gut, wie ich wollte, gegen die Gegner. Facts, aber ich bin noch ein bisschen besser, weil, äh, mein Freund da ist bei Online-Doos. Schade. Hm. No, 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 stopp! Also white Рус Humanist. Oh, damn. Nein. No, 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 ehhh. Ey, jetzt, no joke. Äh, bezte Vinyl. jetzt so ein zero death combo macht dann muss ich eine story erzählen als ich immer gegen mickey gekämpft habe habe ich schon kommen wurde mit dem er muss auch mehr machen da auch stehlen über wie er ist auch sie verlassen ja jetzt endlich bin ich dran ich gehe hier um gegen mich natürlich also jetzt bin ich dran ich gehe natürlich aber doch ist nicholas ich schwöre weil dieser rat hat etwas gegen dir dinge ok aber was ist daran passiert ich habe keine chance gegen levin oder caleb überhaupt gar keine gar nix ein scheißdring nix 0 achst du wenn ich will mit absicht eine scheißkarte du hast du kannst gewinnen nein 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 doch nimm dein main nimm dein main nimm dein main nimm dein main nimm mirage oder so warte aber erstmal muss ich einen charakter kaufen ich würde so ekelhaft bei dir sein ich würde so ekelhaft für dich sein nimm ich nimm 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 emeros nimm nimm schnied nimm 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 du weißt gar nicht wie sehr ich verabscheue ich würde gleich mein catchphrase sagen aber er muss sich ich sollte vielleicht mal ragnir kaufen oder oder sollte ich cross ich kaufe mal lieber cross bald oder ganz andere fantasien sie ist von japan bro als wenn du kennen spielen willst digga ich habe ich habe ich habe keinen gespielt und es gibt krasse keinen place aber weil niemand das spielt wird auch nicht genervt oder gebucht kennen ist glaube ich die am wenigsten benutzte woche trotzdem gibt es ob hier ob hier allerdings kombos mit der digga was okay das ist ein downspecial das ist die downspecial ey er verstört mich mit random character ja das ist ein standard der blaseite ist nice nice combo oh ja ladder i i i lost my footing i'm somehow getting lost footing Protein Protein Da, Bro Bruh Bruh Ja Bruh, ja Bruh Du bist online, ne? Bist du viel besser Als Die alle Vielleicht nicht Caleb Aber sonst glaube ich Alle Okay, okay, okay I'm about to finish you off now Bro, what? I'm about to finish, bro Bro, I'm about to finish you off now He He, he bought to play He bought to play volleyball Nur Leute, die den Job verstehen, verstehen den Job Ist das so? Warte, weißt du das? Weißt du welchen? Ja Ach so, ja Oha Ja, ja Ja, 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 ja Ja, fehl ich Ja, fehl ich Ja, nein Ja, nein Jetzt sei kein Feinddenker Diga Ich weiß nicht mal, was er meint damit Hä, nein, dieses, dieses eine Mädchen, das volle Bein spült hat Oh, ich hab jetzt ein perfekte Catchphrase, über welche Ultras würde ich finish mit? Warte, kann ich nicht beschreiben, wie ich verabscheue, Bro Warte 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 Kannst du noch was anderes? Bro, du kannst einfach, Bro Caleb Egal, egal, egal Bro, Caleb Egal, egal Egal, Digga Er flistert so Ich hab's gecallt, dass ich mich selber umbringe, oder? Habe ich gecallt? Nein, hast du es nicht, das ist bei mir gecallt Das Ding ist, wir wollen ihm so der Gastzeit mit so ein, so ein specific attack, so finishing Also, okay, ich sag euch einfach jetzt, was du willst machen So kennst du diese, so diese up special bei Sidron mit Kaden, ne? Wo erschießt du diese Ball? Ich wollte ihn so mit da mit treffen, und dann wenn er stirbt da war, ich wollte sagen, so How did that ball taste? Mach mal, okay Mach mal jetzt Egal, okay Ich spinne das Rad wieder Jetzt Levin gegen Levin gegen Levin gegen gegen mich ich mach Digga, es sagt nun mal Levin gegen Levin Bro, du bist vielleicht nicht so gut, wenn wir gegeneinander Freunde spielen, aber online Digger, siehst du alle. Keine Ahnung. Keiner, ja. Ich versuch das zu halfpipen. Habe ich, wie du schon versucht hast, wie du schon passiert hast. Hey, Meu Deus, oh. Hätte nicht aber leider hätte ich nicht. Also wenn es meine Bombe wäre und ich hätte das geworfen, ich würde auch schon schwanz kommen und dann in der Mund gehen. Ich war nicht da ehrenlos Ich war nicht an eurem Tisch Ich schwöre nicht Nice gedodged Mason said that Taz Taz is a nice character in Brawlhalla In Multiversus And Iron Giant 2 And Bugs Bunny 2 He said that Taz could turn you into a chicken is funny But Taz could turn you into a chicken is funny He said that Taz can turn you into a chicken is funny Wo du als Dings gespielt hast als gegen Raymond So sind da ausweiten Da ausweiten Da ausweiten Oh das ist So eine Pixelschreiber QI war wild QI war wild Ich schwöre ne Wenn Teile gegen mich mit Mirage gespielt hätte Ich wär so gefickt worden Ich sag mal vorteil ist der einzige das gewinnt Wäre schon krass Wäre schon nice Dann wär Dann würde man Ihn endlich mal von deinem hohen Ross herunterstoßen Ja aber Nerver einen Tag Digga Lächster Tag Er kommt so overpowered Oh ich habe einen neuen Main Sorry Ich hab ne neuen Main Ich hab gehock ein Main Egal Egal Tilt Da hier meine ich Du bist Du bist Viel besser Als, als Dings Die ganzen anderen Leute Okay Spin the wheel Okay Jetzt, I spin the wheel Jetzt Tahir gegen Können wir mal kurz überreden, dass ich noch nie als erster war, sondern immer nur als zweites Tahir gegen Ohohoho Kill Oder an Caleb Tahir gegen mich Achso, ich wusste es Kommt Tahir Alles, was du hast Ah, ah, okay Ich nehme einfach random und ich hoffe, dass ich verliere Nur Tahir, mach jetzt ernst, komm man, schaffst du Nein, warum Ogre Ich bin Ogre Bro, du hast Lenz und Elks Lenz und Elks Lenz und Elks, okay Du hast Lenz und Elks Ich hab gar nicht mit ihm gespielt Ich hab gar nicht mit ihm gespielt Ja, okay Wird schon nice, wird schon Wird schon nice, wenn ihm jemand die Waffe aufhebt Bro Bro, Lenz ist OP, Bro Ist auch Ja, aber er nennt jetzt was anders Digga Er nennt jetzt was anders Digga Er nennt jetzt was anders Come on Tahir Bei Gott er nennt mich auseinander Bei Gott er nennt mich auseinander Ja, sicher, ich kann nicht gewinnen Ja, das ist so knapp gerade ne Bisschen Bei Caleb grad ein bisschen aufholt Bei Caleb grad ein bisschen aufholt Damn Ja Ja, okay Nice Ich teige jetzt in Führung mit einem Punkt Was ist orange? Bro, er wird jetzt so ein Kommentator Ja Digga Er wird jetzt, er wird jetzt zu T Spaß Nice gedocht Mason Okay Okay Jetzt macht Caleb ernst Wsk Naja Lach glaubt ihr ihr hättet eine chance gegen tachis umiko oder caleb digga ich spiel nicht mal augen das einzige typ war alles ich hasse ich schwöre ich verstehe nicht warum aber ich finde einfach yumiko wäre besser wäre nicht besser aber würde mehr sinn machen mit orb ich weiß nicht warum ja ja geht aber als sie als sie rausgekommen ist war auch noch nicht da ob es die drittletzte waffe ja sorry ich hatte mein auto ist aktiviert das muss man jetzt wissen von jetzt kein bombe wird mich da nicht treffen außer wenn ich bin 0.com 10 ich habe ich habe mich aufgepasst ich habe mich ist das gerade so ich will wenn jetzt hätten sie sich immer ganz ich war eine richtige pinpoint ob wir haben abgesehen von renkt habe ich noch nie so ein ein mensch gesehen dass so eben war ja glaube ich gleich wenn ich muss sagen also bei renkt gibt es schon krassere sachen aber hat die gar das ist das ist schon das war knapp aber nur wegen das augen und nur wegen das veröffentlichen ich hätte aber ich bin nächstes Prozent du meinst wenn das bedeutet das war dein Name also ja klar nein das war dein Name ist die Fasselte in der Stadt haben und waren aber manche Karte will nicht mehr von der Eifel wir sind nicht besser und es sind nochmals als guter ich versteh nicht vorhin vorhin hat nikola sich darüber aufgeregt dass er so oft dran war aber ich denke ich finde das spiel von voll spaßig ich würde mich freuen wenn man so oft wenn ich rausgegangen 26 habe ich in den check geschrieben ich versuche mit der tory aber ich werde hart reinkackern ich bin nicht gut mit der tory also eigentlich ich kann jede waffe spielen war ich hatte schon so keine ahnung 20 verschiedene mainz oder so gefühlt deswegen ja ich kann ich kann halt jede waffe in die spielen insofern kann ich theoretisch jeden charakter spielen aber spielt ja auf jeden fall bronze silber weiß ich nicht sehbar wahrscheinlich nicht vor allem passen ich liebe den auch übel ich hab dir gesagt er ist die mit einem der jahr ich wollte ich er hat danach aber auch gesagt dass er theoretisch mit jedem gut spielen kann also zählt das argument nicht wirklich also ich wollte eigentlich die downspecher gerade machen ich bin Prozent so hat die Masse Ende der Watteligen Prozess auf zwei Prozent und welche das war wie meine aus die Hauptspechle Ticker Pro und verbrauch und der Fakten Klinik okay noch ein Teil der Aufmerksamkeit die man sie haben ja so wie man einfach wieder ein bisschen noch früher als ich meine Komponenten wollte die Klinik und mit der Hälfte verkack ich hundertprozentig so war das nicht hatte das nicht mal gehettet ich kann es gucken ja 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 Was mit dem Messen gegeneinander? Also ihr habt doch gegeneinander... Bro, ich schwöre, wenn Neven hier zu die Tiefe gehen würde, würde er trotzdem gewinnen, ja. Okay... Spin... So... Ja, the wheel muss entscheiden. Spin the wheel! Jetzt... Ich bin... Ich gegen... Ich gegen... Äh, nochmal gegen Tahir? Oh nein, gegen mich selbst... Egal, nein, nein, ich muss gegen mich selbst testen, egal. Egal, ich drehe nochmal, ich drehe nochmal, es ist nicht auf Tahir, leider. Oh, okay, jetzt Tahir, jetzt ist auf Tahir, weger. Jetzt gegen... Jetzt ich gegen Tahir nochmal. Äh... Ey, Tahir, willst du eigentlich wieder in die Gruppe, oder? Ja, let's do this, I'm ready. Äh, ey... Bist wieder drin. Du hast dein Handy dabei, kannst du Motivation Music für mich machen? Ey, was willst du? Ähm, ja, derselbe Musik, ich hab gerade jetzt... Ah, nein, ich hasse ihn! Ähm... Ja, komm, komm mal deine Defense an! Guck mal deine Defense an und sei leise! Dinger, ich kann gar nicht mit ihm spielen! Jetzt no joke! Ich mein jetzt erst, nicht so wie... Ihr Dick existiert nicht...